Hallo zusammen! In diesem Video zeige ich euch die Quest, ein simpler Plan anzunehmen bei Meister Matthias Shaw in die Halle der Schatten. Hier sieht man auch die Position, wo ich stehe. Mein Name ist Shaw. Hierbei muss ich seinen Plan anhören und dann eine Stimme abgeben. Erstmal vielen Dank für meine Rettung, trotz Gefährdung eures eigenen Lebens. Wie man sieht, muss man ein bisschen warten, bis er loslegt. Die Allianz steht kurz davor, die Horde anzugreifen. Deterok gibt vor, ich zu sein und flüstert dem neuen König von Sturmwind Lügen über die Horde zu. Er muss aufgehalten werden, bevor es zu spät ist. Der Plan ist einfach. Den Sturmwind einschleusen, Deterok enttarnen und dann töten. Tetes wird uns übers Meer zum Hafen bringen. Zum SI7 müssen wir schleichen. Wir können nicht fliegen. Deterok hat Scharfschützen auf den Dächern und unsere Gesichter auf Plakate drucken lassen. So, und jetzt kann man nichts auswählen. Einfach nur auf diesen Knopf drücken. Und dann darf man die Quest bei Tausche abgeben. Gleich links von Matthias. Also wenn man hinter ihm steht. Ihr seht welches links ich meine. Wenn man vor ihm steht, ist es natürlich auf der rechten Seite von Matthias. Also, Snap zeig ich auch noch mal. Die Halle der Schatten. Die Position. Da Oshii. Hoffe ich konnte euch helfen. Ciao. 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 Ciao.